Ist doch gar nicht. Ist doch nicht gut. Mom, was soll das? Ich hab nur ein paar deiner alten Freunde eingeladen, die zu gratulieren. Hey, Darling. Dich hab ich ja ewig nicht gesehen. Die Schuhe sind verschärft. Wer ist die Schnalle? Das ist die Verlobte von Andrew. Mary Beth. Hi, Mary Beth. Ich bin Brian mit I. Das ist Brian mit Y. Wie du heiratest, das müssen wir betratschen. Ähm, Süße, geh doch schon mal in die Küche und hol dir was zu trinken.